Wir ziehen um. Es sind zwar noch zwei Jahre, aber wir finden, ihr solltet das schon wissen. Einige werden sich fragen, warum wir das machen. Weil wir unsere Vision eines perfekten Restaurants in die Realität umsetzen wollen. Ein Haus, das eine Geschichte hat und mit dem wir unsere Geschichte erzählen können. Die harmonische Verbindung der Pfalz zu Japan. Natürlich und ohne von unseren regionalen Gedanken wegzukommen. Wir brauchen dafür sein, um euch zu präsentieren, was wir ins Menü eingebaut haben. Sprich, wir werden hier zwei Dry-Age haben. Wir werden hier eine Box haben mit den Produkten des Tages. Wir nehmen euch mit auf eine Reise. Eine Reise, die sich grundlegend von einem regulären Restaurantbesuch unterscheidet. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017